Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde des Skywows auf dem GOMMESERVER und wir spielen auf dem Map SUMMERTIME, was auf jeden Fall jetzt gerade super passt. Na gut, wir haben noch nicht mal Frühling, aber gut, wir spielen SUMMERTIME. Obwohl es mittlerweile eigentlich wieder relativ warm wird, mittags zumindest. Also das heißt warm, aber ich halte die Sonne und so weiter. Das ist dann schon ganz angenehm. So, wir haben sonst nicht wirklich viel, eigentlich gar nicht. Kann man auch mal einfach mal haben, aber wir haben Blöcke und haben wir hier sonst noch irgendwas? Ne. So, dann bauen wir uns mal rüber. Mal wie ich den Server hier kenne, wird das hier richtig schön baggen oder? Ne, es geht eigentlich. Ok, super. So, wer ist denn da unten? Ist da unten irgendjemand für mich? Ok. Lief doch schon ganz ok. So, wie auch immer, was der auch immer von mir wollte. Keine Ahnung. Dass der sich getraut hat, hochzukommen. Lief bei ihm. Er hat das selbe Kübel. Er hat eigentlich sogar bessere Rüstung. Aber ok, anscheinend nicht. Er ist ja witzig. Nein. 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 Aber er ist vor mir gestorben. Ahaha, witzig. Ok. Mann, ich habe ihn sogar noch gesehen, aber er stand halt auf der sicheren Seite eigentlich. Aber irgendwie auch nicht. auch nicht wirklich, weil sonst wäre er nicht runtergefallen. So. Ne, nicht, ähm, 16x1. So, mit Song noch nur schon eine Runde. Der rechte Bube. Alles klar. Das läuft bei den Leuten hier. Immer so richtig super nice. Ja, die Runde war in Ordnung, würde ich mal sagen. Also, sie war nicht wirklich gut, aber, naja, sie war auch nicht super scheiße. Ja, eigentlich schon. Äh, was passiert hier irgendwie? Also, der Gommelserver ist eigentlich wieder ganz stabil, so ein bisschen. Aber keine Ahnung. Irgendwie das Minecraft ist ein bisschen komisch, so. Weiß nicht. Ich kann aber auch an den Nvidia Grafiktreiber-Updates liegen. Da gibt's momentan Probleme, wenn man den neuesten Treiber-Update hat. Äh, das neueste Treiber-Update. Dann funktioniert man eigentlich nicht mehr. Und dann muss ich eine frühere Version installieren. Boah, das war echt... Ja, nicht mehr so einfach. Und jetzt haben die noch eine neue Version rausgemacht. Und damit geht's wieder. Ja, super. Da konnte ich wieder update. Aber, ja, jetzt bin ich in der aktuellsten Version von den Treibern her. Und, äh, es klappt eigentlich ganz gut. Bisher, wer ist da hinten? Lol, der hat... Ach so, okay, es rennt nicht. Lol, ich hab gedacht, ich fall runter. Alexot... Nö, danke, tschüss. MMM. MMM. Äh. Hä? Hat er mich damit gemeint? Ich hoffe mal nicht mit... MMM. Hat er mich damit gemeint? Ich hoffe mal nicht mit... MMM. Äh. Der Typ hat ja gar keinen Bock zu mir zu kommen, okay. Er hatte doch Bock zu mir zu kommen. Aber auf eine andere Art und Weise, wie ich gedacht hätte. Ja, bau dich ruhig noch ein paar Jahre Höhe. Ist okay für mich. Ja, wahrscheinlich. Tschüss, ne. Ich bin dann mal bei dir auf deiner Insel. Wie schlecht hat er das noch angezündet? Ganz ehrlich mal. Oh, wow. Wow. Enorm. Enorm. Krass, dieser Typ einfach. So, wir machen mal ein MLG. MLG! Der sitzt doch... Und das passt doch aus. Sehr gut. Ja, der hat noch einige leckere Sachen hier gehabt. Muss man ja schon sagen. Ähm. Mit Schutz ist immer besser als ohne Schutz. So, das Essen ist auch immer schön wichtig. MMM. Oh, das ist ganz gut. Oh Gott. Hätte hier noch runterschleudern können. Aber irgendwie auch nicht. Ich hatte ja noch Heiltränke. Ja gut, äh. Kann man nix machen, ne. MMM. MMM. Nächste... Runde da. Ah, ja. Ich mag das immer, wenn es vier Sekunden dauert. Das ist immer ein schönes Gefühl, Leute. Das ist Tool. Oh, eine, oh, ne. Die man sogar kennt. Gut, ich kenne ja. Es ist eh eh nicht so wichtig, ob man die schon kennt oder nicht. Weil, ne. Ist halt nicht so wichtig. Man weiß immer, dass es unten irgendwo ne Kiste ist. Mit deiner Höhe irgendwo ne Kiste, dann passt das eigentlich immer. Oder manchmal ist es noch oben noch ne Kiste und so weiter. Ah, das ist aber alles. Das ist bei, äh. Bei, äh. Survival Games und bei anderen Spielen. Nur ist das irgendwie. Da auch schon ein bisschen wichtig. Auch bei TTT, wo alles ist. Wobei TTT ganz einfach einfach nur auf gut Glück gucken. Und finden wir jetzt immer drei Kisten auf jeden Fall finden schon. Nur da ist immer schwierig die, äh. Die richtig, äh. Die Eisenschwertkisten zu finden, genau. So. Was hab ich hier, du schönes Kuchen. Die hab dir, man. Wachen wir aber nicht. So. Sag ich einfach mal so. Wachen wir nicht. So. Wer ist denn auf Insel Nummer 1? Niemand. Okay, schau dir. Hätte hier sein können. Äh. Ja. Doch. Hier war aber mal jemand. Entweder hier gestorben ist oder der jetzt auf dem Weg in die Mitte war oder ist. der nicht sieht, was hier gerade mit ihm passiert. Oh, gut. So. Der wollte sich in die Mitte bauen, hat er aber nicht so wirklich geschafft, leider. so. Ich hab nicht viele, auch noch. Ich hab viele Block. Dann baue ich mich einfach in diese Richtung. Und was ist denn hier los? Hier ist auch niemand. Hä, wo sind die denn alle hinten? Da unten ist doch jemand. Ähm. Ja. Der hat auch mal gelebt, irgendwann. So. Früher mal. Schutz 2. Schutz 1, Schutz 1, Schutz 1, Schutz 1, Schutz 2. Sehr gut, der wollte auf jeden Fall was abbauen hier gerade. So. Möchte jemanden? Diebdias, okay. Der wollte hier grad rumgehen und alles holen. Erz. Aber ich würde sagen, das erledigen wir jetzt mal für ihn ein bisschen. So, bisschen davon, bisschen hiervon. Die Diasse, das Wichtigste. So. Noch vier Leute leben. Aber wo sind diese Leute? Bisher habe ich echt noch nicht so viele Leute gesehen. Da ich ziemlich schade ist, weil ich sie gerne eigentlich andere Leute suche. So. Aber egal. Ein bisschen hier und hier. Das abzusammeln. Brauchen die eh nicht. Aber trotzdem brauche ich sie einfach. Keine Ahnung warum eigentlich. Einfach weil ich es kann. So. Komm. Komm. Da brauche ich mich hinterher mit Diamantböcken hier erlauben. Wahrscheinlich, ne? Ist hier denn jemand? Hä wo sind diese Leute? Damit ist keiner. Ach da ist jemand. Fass sich mal sehen einfach. Ok komm. Komm halt mach dein Ding. Was hat er vor? Hä? Ich jucke ihn einfach gar nicht wieder. Was ist los hier? Oh lol. Das hat mich jetzt ein bisschen erschreckt, aber sonst ist eigentlich nicht viel passiert. Aber jetzt kommt er oder was? Ach man. Ok das ist blöd gelaufen. Das ist richtig scheiß gelaufen. Soooo. Und ich würde sagen wir machen noch eine Runde. Oh und so kommt mit einem T-Mail. Ok das äh. Ja das ist dann jetzt so ne. Gut finde ich aber nicht schlimm. Ist eigentlich ganz easy, ganz chillig mit ihm. Er wird's wahrscheinlich gleich eh sterben oder so. Oder wir versuchen mich zu töten. Oder keine Ahnung was er macht. Oder sie Etienne. Naja das müsste nicht leer sein. Ok. Ähm. Ja. So. Oh das war grad ja so mega scheiß von mir. Ist das ja schon heftig gewesen. Aber ich hab mich mega erschreckt von dem TNT einfach so richtig extrem. Ja er kann gerne mal was machen hier auch. Wahrscheinlich hab ich ihn gar nicht gesehen. Weil der ja einfach sich tat einfach. Wow krasser Typ. Ich hab Rüstung für ihn. Aber er will anscheinend glaub ich keine. Weil sonst würde seine Deckung aufliegen. Wow. Krasser Typ. Ey der hätte mir mal lieber die. Äh. Den Kopf geben können. Was macht der denn da hinten? Wow der guckt nochmal alle Kisten durch. Ähm. Ja allein gegen zwei wird jetzt schwierig wenn der nicht mithilft ne. werden die... Das ist gut. Ja. Töne. Ja. 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 Unter uns ist noch irgendwo einer, Leute. Ach, fuck! Mann! Mann! Wieso hat der mich nicht geholfen? Ach, fuck! Er hätte nur noch einmal schlagen müssen! Aber jetzt habe ich ihm solle Sachen gegeben und es juckt ihn trotzdem nicht. Gut, Leute, ich würde sagen, das war diese supertolle Runde Skywars. Folge Skywars. Der fühlt sich jetzt toll, nachdem du beide Sachen hattest, bis der Scheiße. Okay, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Dr depreciativ. Wir sehen uns beim nächsten Mal.